Und damit herzlich willkommen zurück zu Bioshock, wo ich hier, ja, den letzten, die letzte Little Sister in diesem Level gefunden habe. Ich war nicht unbedingt sehr klug. Nämlich in der, ich glaube in der Anstalt, habe ich einfach den Big Daddy laufen lassen. Und ich dachte mir, ich lasse euch teilhaben, was in dem Geschenk ist. Und zwar 100 Antikassos im Leben angeziehen. Das finde ich sehr gut. So, dann können wir uns nämlich, glaube ich, ein bisschen verbessern, wenn wir, oder wir warten auf den nächsten Level. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht, wenn wir auf den nächsten Level warten. Dann können wir nämlich, normalerweise, bisher war das so das Muster, können wir dann nämlich mehr Energie dazu holen. So, wir gehen jetzt zum Versuchsgelände und schauen mal, was da auf uns wartet. Wussten Sie, dass 9 von 10 Frauen athletisch gebaute Männer bevorzugen? Anzeige, Sportboost, Gentonicum. Alles klar. So, wir sind in der Museumslobby. Und wir haben unsere eigene kleine Little Sister. Komm, gehen wir! Aber du musst ihr Beschützer sein. Ich mag Begleiter-Missionen normalerweise nicht bei solchen Spielen. Weil, ja, die sterben mir immer weg, ich weiß nicht. Aber du erinnerst dich an, das meint sie an sowieso nicht mehr. Ich habe dich als kleines Kind in einem Wohnen. Ich habe dich als kleines Kind in einem Wohnen. So, warte. Antipersonen-Magazin, da haben wir gut, gut was mitbekommen. Dann können wir nämlich da, Antipersonen, das ist panzerbrechend. Und hier ist hier und ich, alles gut. Da hinten war doch was. Okay. Okay. Dinge passieren. Da lassen wir uns mal nicht von Unruhe. Unruhe. Hahaha. Mit dieser Story über meine Frau und mein Kind hab ich dich reingelegt. Oh, mein Haus. Dann gehen wir. Oh, mein kleines Baby Patrick. Hahaha. Vielleicht lege ich mir einen Tageswürfel in der Familie hin. Dann kann man euch blöd, Männerwetter. Okay. Ich wollte das sagen, da klettert jemand. Ich bin soweit. Mhm. Telesch. Haha. Mister Bubbles. Ach, ich find das schön. Tasten-Sobcheck Nummer eins. Okay. Ist das das ... der erste ... gesplicede? Was bleiste? Du hast die ganz gestohlen. Komm, Mr. Bubbles! Ja, komm weiter. Ja, ich bin ein guter Schütze, habe ich gerade erzählt. Er sieht traurig aus. Hey, das tut man nicht. Ich muss mal wieder Pfeile sammeln. Warte kurz. Little Sister, dir geht's gut. Ah, du weißt weiter, das ist herrlich. Das ist gut. Jetzt bist du soweit. Hast du jetzt schon siebenmal gesagt? Irgendwie glaub ich dir inzwischen nicht mehr so besonders. Kann das sein, wenn die so rot umrandet sind, dass die gerade von unserem lieben guten Freund von Thane kontrolliert werden? Ja, nein, komm. Wir brauchen so ewig, weißt du schon, ne? Ich bin soweit! Guck mal, Mr. Bubbles, Adam! Die Ernte wird bestimmt die Splicer herlocken. Ja, natürlich wird die Ernte Splicer herlocken, weil wir sind... Hier ist plötzlich Adam, ist ja klar. Ich bin soweit! Vor allem, ich hab den Stress, diese gute Frau zu beschützen, was ich natürlich gerne tue. Ist ein kleines Mädchen, das natürlich. Die muss man beschützen. Äh, Gott! Vor allem, wenn man ein guter Schütze ist, soll man die beschützen. Super Wortwitz. Nein. Gott! Ja, genau. Ich bin... Hörst du mal auf. Und da frage ich mich, warum bei Begleitoptionen nach Missionen mir immer meine Leute wegsterben. Vielleicht liegt das an meinen wahnsinnig guten Schusskünsten. Ich nehm die mal eben auf. Ey. Äh, ja. Äh. Äh. Manchmal treffe ich ja. Manchmal klappt das ganz gut, aber irgendwie, äh... Ja. Die ist schon sehr zerbrechlich, die Güte. Ja. Der Stuhl. Immer gerne. Weiter. Weiter. Haha. Komm, gehen wir! Hallo, Mr. Bubbles. Der wird doch mich jetzt nicht angreifen, oder? Komm, Mr. Bubbles! Wie ist das mit Explosionen? Tut das der Kleinen auch weh? Kann ich sagen? Hey, was ist hier gerade explodiert? Achso. Wir haben da schon wieder einen von diesen unsinnigen Explosionstürmen. Mr. Bubbles! Ja, gerne. Hm, hm. Wir haben ja eh nix zu tun gerade, ne? Ich bin soweit! Hm, hm, hm. Eigentlich, ich bin ja jetzt ein Mr. B, ne? Also ein Big Daddy. Da sollte ich ja eigentlich kein Ziel mehr sein für die Kameras, oder? Ich bin soweit! Also theoretisch. Hey! Ja, wenn du so vorwennst und dir dann auch noch in den Weg stellst. Gott. Mr. Bubbles! Arbeite mal mit Kindern zusammen. Das geht echt nicht. Die wollen echt nicht. Hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Ah, da oben. Ich hab das Gefühl, sie wollen die da ein bisschen essen. Ja, ich hab das Gefühl, dass das so stimmt. Das war nämlich bei den letzten siebenmal auch so. Glockum. Ha, aha, ha, ha, ha. Ja, na, na. Ja, na, na. Ich tue. Also Antipersonen-Pistole auf Munition ist schon nicht schlecht. Verwegen kleine Dieben. Sammel selber, wenn du was willst. Ja, sofort. Ich finde auch, dass der Stimmenmanipulator, den finde ich sehr gut, muss ich doch sagen. Das soll im Hintergrund immer dieses... Das heißt natürlich zu 90%, dass ich gerade eben Schaden genommen habe, aber das passiert hier öfter. Das haben wir ja schon... Haben wir ja schon ein paar Mal gesehen, dass ich jetzt großes Ziel natürlich... Also... Bist du mich jetzt... Okay, warum? Warum? Warum hat der mich jetzt angegriffen? Apropos... Okay, hier gibt's keine... Die Mädchen bleiben besser bei dir. Lieber bei dir, als allein in der aufziehenden Dunkelheit. Okay. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, wo ich gerade diese Eve-Spritze wieder sehe, dass ich das Spiel nicht so spiele, wie man Bioshock spielen sollte. Mit, äh... Diesen ganzen Sachen wäre das wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Aber irgendwie... Weiß ich nicht... Irgendwie... Mach ich das nicht. Mit der Dosis wäre vielleicht ein normaler Arbeit des Befriedens oder so ein Bürohengst. Aber ich brauche mehr! 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 Ich will mich so lange fleißen, bis nichts mehr da ist! Ja, ich bin gleich wieder da! Ich, äh... Möchte nur kurz... Hier so ein bisschen was machen, ne? Wenn das okay ist für dich. So, da-da-da-da-da-da-da-da-da... Habe ich denn... Keine in die Richtung? Ah, da! Gott sei Dank! Ähm... Ja, das war's, ne? Schade! Warum? Äh... Ja, komm, wir machen das mit so'n Auto-Hacker. Da haben wir eh noch ein paar von. Aber... Ich kam gerade nicht weiter. Schade! Ah! Oh Gott! Das sieht verdammt nach einem End-Boss-Fight aus. Mal eben noch so komplett aufrüsten, alles was man so haben kann. Pistolenkugeln haben wir noch nicht genug. Haben wir hier irgendwas? Antipersonen... Interessant! Ich weiß nicht, wie viel ich davon haben kann. Ich hoffe mehr. So. Besauge das Erntewerkzeug. Oha! Da haben wir's doch. Nein, das sind Brandpulzen. Ähm... Hallo? Nimm das Erntewerkzeug. Ja, wo bist du denn? Bin ich gerade blind? Oha, fahrtest du mir in die Nadel? Ja, erzähl mir, wo du gerade bist. Äh... Ach, da! Machen wir! Zoltain wartet um. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Vergewissere dich, dass du bereit bist, ihm gegenüber zu treten, bevor du weiter gehst. Wie soll ich denn bereit sein? Haha! Aber wir machen erstmal hier das hier noch. So. Und... Och komm, einen Technik-Slot haben wir noch nicht. Uff... Das brauchen wir natürlich überhaupt nicht. Ach komm. Hier. Aber... Das Schöne ist... Ich zeig's mal eben. Deswegen wollte ich's ein hier nicht. Wollen wir es in den Genbank? Deswegen... Ah... Schau mal. Mh... Alles. Das ist schön. So. Äh... 5 von 19. Okay. Ich kann nur 24 Bandbolzen tragen. Schade. Dann gehen wir mal nach oben. Fontaine. Der Handel ist das Herzblut der Stadt. Wenn wir nicht aufpassen, wird die Regierung zu ihrem Krebs. Äh... Okay. Ich hinterfrag das mal jetzt nicht. Das hat bestimmt einen Sinn. Ich kann mich noch erinnern, wie diese Frau und ich dich in das Boot gesetzt und dich nach oben geschickt haben. Da warst du höchstens zwei Jahre alt. Ja... Ja, du warst mein Ass im Ärmel. Aber du warst für mich auch fast sowas wie ein Sohn. Und deswegen schmerzt es jetzt. Verrat, Kleiner. Manches im Leben tut einfach auf mich. Okay. Äh... Ja. Los, geh jetzt! Stich mit der Nadel zu! Klar. Hey! Sonne nicht gerettet. Toll. Aua! Ja, ich muss gerade nach... Aua! Komm, lass mich doch einfach nachladen. Wenn ich treffen konnte, war das auch alles ein bisschen einfacher. Ja, ich wollte rennen. Also... Ich verstehe die Mechanik. Was war das denn für ein Bug? Ja, warte. Ich brauch... Ne, hier. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Let's Places reden, die bei Endboss kämpfen. Du gehst jetzt zurück. Ich ignorier mal eben kurz den, äh... Ah, okay. Den Alarm, weil die sind gleich direkt. Klingt gut. Aua! Ah... 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 Waa... So... Das brauch ich grad nicht. ja da habe ich gerade auf t glaube ich sobald sie beschädigt werden ja es war jetzt aber keine besessenen man hat dir die ganze stadt angeboten und du hast sie abgelehnt und was hast du stattdessen gemacht das was ich von dir erwartet habe du hast sie gerettet du hast ihnen das eine gegeben was man ihnen weggenommen hatte eine chance die chance zu lernen die chance liebe zu finden zu leben und was war am ende deine belohnung für alles du hast es nie erzählt aber ich glaube ich weiß es eine familie das war plötzlich ja das war bioshock 1 klar ein bisschen konnte man damit rechnen dass es jetzt vorbei geht hauptsächlich weil man jetzt den boss umgebracht hat aber es hat mich ein bisschen überrascht jetzt das ende wie wäre denn das ende also wir haben ja jetzt natürlich die ganzen little sister gerettet und ich muss gestehen ich werde es jetzt nicht ein zweites mal spielen um das andere ende wenn man keine davon rettet zu sehen hauptsächlich weil es mega lange dauern würde aber nur so ein kleiner spaß am rande hatte der jetzt vier frauen am ende die waren alle verheiratet aber er hatte nur einen ring also ich weiß nicht wie das mit polygamie so aussieht muss man dann mehrere ringe tragen für jede ehefrau ein egal ich fang schon an unsinn zu erzählen ne bioshock 1 ein spiel wo ich ja eigentlich lange darüber nachgedacht habe warum ich das nicht gespielt habe aber irgendwie habe ich das nie gespielt und jetzt wo ich mal aufnehme sag ich mal habe ich mal gedacht komm spielen wir das mal ich glaube ich bin ein bisschen schnell durchgekommen insgesamt ich weiß es nicht das fühlt sich ein bisschen kurz an aber kann auch sein dass das daran liegt dass in den letzten drei vier jahren die spielzeiten von spielen so dermaßen in die höhe gegangen sind dass man eigentlich jegliches master irgendwo verloren hat aber auch wenn das spiel ein bisschen in die jahre gekommen ist ich kann verstehen warum es so viel gehypt wird es ist ein unglaublich schönes setting also gerade in rapture dieses diese unterwasser romantik sag ich mal die jetzt natürlich weil es ein spiel ist nicht so ausgereift werden kann weil es ja irgendwo ja es muss ja möglichkeiten geben dass es zu konflikten kommt und alles aber ja apropos wir können ja das hier machen während ich gerade rumlau war wir haben sich die credits ja noch nicht angeschaut können wir mal laufen lassen also heutzutage läuft der credits einfach ab wenn das spiel vorbei ist hier muss man das noch selber machen aber hey mir hat es wahnsinnig viel spaß gemacht deswegen habe ich es auch so schnell durchgespielt ich habe damit nicht gerechnet aber vor allen dingen die ja hier ist das mechanik sag ich mal mit den little cistern ist sehr interessant gemacht ich weiß nicht genau ich habe mal bioshock infinite mal ganz kurz angespielt irgendwann das kommt jetzt demnächst auch ich kann schon mal so viel vorweg nehmen ich werde jetzt alle bioshock teile mal durch spielen hauptsächlich weil es letztens im angebot gab gibt es jetzt irgendwie rausgekommen für die switch glaube ich aber ich will jetzt auch keine werbung machen ähm justin sonnekalb hä der sonnekalb war doch der aufreißer in dem park ein name fällt mir da rein ja egal finde ich witzig mike andrews ah michael andrews naja ähm ich sag mal ich lass das jetzt mal so weit noch runter laufen und äh fürs erste bedanke ich mich dafür dass ihr soweit mitgeschaut habt und ich hoffe es hat auch ein bisschen gefallen auch wenn wahrscheinlich die meisten sollte das spiel schon ein bisschen kennen und ich sollte echt aufhören mit dem ein bisschen das geht mir ja schon selber auf den keks äh naja wir schauen uns mal die credits weiter an äh ich bedanke mich ganz herzlich fürs zusehen und äh man sieht sich bei bioshock 2 demnächst ähm ja vielen dank fürs zusehen und man sieht sich dann tschüss die d